Willkommen. Ich bin Patrick Schüller und das ist GTDrops. Der kleine Bruder der Gelbtöne, der euch prägnante Highlights und exklusive Statements liefert. 300 Sekunden ab jetzt. Cool ist, dadurch haben wir ja auch vier individuelle Vitas und auch vier Beispiele, wie man jetzt in der Bauleitung landet. Und da fände ich es jetzt cool, wenn wir von jedem von euch erfahren, wie seid ihr in der Bauleitung gelandet? Freiwillig, unfreiwillig, wie war der Weg dahin? Willst du anfangen, Alex? Ja, voll gerne. Also in die angehende Bauleitung? Ja, in die angehende Bauleitung. Tatsächlich ist es so, dass ich eigentlich Anfang meines Studiums dachte, okay, Bauleitung ist gar nichts für mich, gar keine Lust auf diesen Stress. Was hast du studiert? Ich studiere Bauingenieurwesen. Okay. Ja, und dann ging es irgendwann aus Praxissemester zu und ich dachte mir, okay, ich bin jetzt im dritten Semester, wo bewerbe ich mich für das Praxissemester? Und da mein Onkel, der Michi. Darf ich den grüßen? Ja, natürlich darfst du den grüßen. Wo ist der Michi? Liebe Grüße, Michi im Straßenbau bei Mergentheim. Ja, genau. Da bin ich morgen, ich schaue morgen bei ihm vorbei. Gut, wenn man die Folge hört, passt zeitlich nicht mehr, aber ja. Ja, sagst du, liebe Grüße. Ja, genau. Mein Onkel hat mich da schon ein bisschen so, ja, schon immer ein bisschen in die Richtung Leonard Weiß gestupst und dann habe ich mir überlegt, okay, ja, jetzt Praxissemester, bewirb dich mal bei Leonard Weiß, auch nirgendwo sonst, nur hier. Und wo geht's hin? Ja, nach Hamburg. Na klar, weil ich komme aus einem 30-Einwohner-Kaff, da geht's nach Hamburg. Was anderes mal. Ja, genau. Und dann war eben meine erste Baustelle, wie ich schon erzählt habe, der Hotelneubau am Gänsemarkt. Und da fand ich es schon total cool. Und die zweite Baustelle, wo ich dann in der Bauleitung gelandet bin, eben im Mängelmanagement, da wusste ich, okay, hätte ich nie gedacht. Dieses, ich muss jeden Tag auf eine ganz neue Situation reagieren. Das macht mir einfach total Spaß. Auch wenn ich vielleicht mal einen Moment habe, wo ich mir denke, okay, ich bin gerade echt herausgefordert und irgendwie, das ist gerade so viel auf einmal. Aber man schafft es dann doch, jeden Tag damit klarzukommen und sich neu zu strukturieren und neu zu organisieren. Und das ist so mein Weg in die Bauleitung gewesen. Jetzt bin ich weiter Werkstudentin hier geblieben und werde auf dem, ich werde nach dem Studium dann auf jeden Fall auch als Bauleiterin anfangen. Sehr schön. Also in dem Fall familiärer Bezug. Herausforderungen ziehen dich an, glaube ich dir ausgehört. Und die Mängel haben dementsprechend keine Chance. Bist du die Conclusion? Bist du super bei dir, Laura? Ich habe Bauhinterwesen studiert und dachte im Studium, dass ich auf gar keinen Fall in die Bauleitung gehe. Okay, da gibt es immer parallel. Ja, ich war vor dem Studium schon ein paar Jahre in der Planung unterwegs und habe dann gedacht, Mensch, aber so eine gewisse Zeit, mal ein halbes Jahr Bauleitung angucken, hilft mir auf jeden Fall auch in der Planung, weil nichts ist schlimmer, als wenn man eine Planung bekommt, die nicht ausführbar ist und man erkennt sofort auf der Baustelle, da hat jemand geplant, der halt keine Ahnung hat von der Baustelle, von der Bauleitung. Deswegen war für mich wichtig, dass ich mal eine Zeit lang auf der Baustelle bin und habe dann gedacht, gut, als Werkstudentin guckst du dir das mal an. Und dann hat mich dieses halbe Jahr, aber bei der und hat Weiß hier in Hamburg so überzeugt, dass das doch voll mein Ding ist. Ja, ich finde es spannend, täglich diese unterschiedlichen Menschen, mit denen man zu tun hat, immer andere Sachen, auf die man reagiert, wie Julian und Alex schon gesagt haben. Du sagst es gerade und die Sonne kommt raus und du den ganzen Grau. Ja, so ist es ja auch. Also es macht einfach super viel Spaß. Du darf das nicht alles als Problem sehen, sondern als Herausforderung, dann ist es auch nicht so stressig, sondern ist das auch was, was den Spaß auch mit so ein bisschen ausmacht. Mir ist super, aber ich bin gespannt, in dem Fall, du ursprünglich auch nicht, ja, will ich eigentlich gar nicht machen. Du hast es aber als Part von deiner Aufgabe gesehen, damit du deinen Job planen, gut machen kannst und fandest aber dann den Job, für den du eigentlich geplant hast, so gut, dass du in dem quasi geblieben bist. Ja, das ist richtig. Perfekt. Bei dir, Julian? Gute Frage, also Bau war recht bald irgendwie klar, so am Ende von der Schulzeit einfach so ein bisschen familiär auch geprägt durch Vater und Opa mit Baufirma und einem wirklichen, was die so als Vergangenheit haben und dann studieren angefangen, auch relativ offen noch gewesen, also bauend schon gewesen, aber relativ offen noch gewesen, in welche Richtung ich dann genau gehe in der Baubranche und dann eigentlich durch das Praxissemester. Also Baustelle hat mir auch schon in diesen Baustellenpraktika gut gefallen, einfach so der bodenständige Umgang und einfach so dieses, ja, ich mag einfach Baustellenluft und dann im Praxissemester, also im fünften glaube ich, war ich dann auch, also wie du jetzt in der Bauleitung als Praktikant und dann ab da auch als Werkstudent immer und hat einfach Spaß gemacht und deswegen bin ich da auch geblieben. Und in dem Fall die Baustellenluft hatte ich geparkt. Ja. Finde ich super. Wie ist die Luft in Stuttgart, Philipp? Wie bist du da gelandet in der Bauleitung? In Stuttgart erst mal mit dem Auto. Aber in der Bauleitung bin ich ganz anders gelandet. Ich bin gelernter Industriekaufmann und war dann später im Außendienst bei einem Materialhersteller für Beton- und Instandsetzungssysteme. Und später bin ich dann noch zu einem Hersteller gegangen, der Polyurea als Heißspritzabdichtung oder Heißspritzbeschichtung verkauft und bin von dort aus dann spontan als Quereinsteiger in die Bauleitung bei einem Beschichtungsunternehmen eingestiegen und von dort aus dann zu LW übergewechselt. Also nichts mit Ingenieurstudium oder Ähnlichem, sondern vom Verkäufer in die Bauleitung einfach auf die dunkle Seite der Machtgelächse. Die dunkle Seite, die die viel bauert. Ich finde es super. Man sieht, es geht beides. Also einerseits über Studium bei Ingenieurwesen, obwohl man vielleicht eigentlich gar nicht in der Bauleitung landen wollte, aber man ist dann da. Und aber auch als Basis-Industrie-Kaufmann, also Quereinsteller geht auch immer. Man bildet sich Step für Step weiter. Cut! Hat dir der Drop gefallen oder du hast Anregungen? Dann sag's mir. Auf Response und Bewertungen von dir freue ich mich immer. Und solltest du noch nicht genug haben, dann hör gerne bei Gelbtöne direkt rein. Ich freue mich auf dich und bis zum nächsten Drop. Ciao. Ciao.